Musik Jetzt, da die Wanne gegossen und die Außen- und Innenwände im Erdgeschoss gestellt wurden, ist es an der Zeit für das Herzstück des Hauses, das Treppenhaus. Die massive Treppe hat diese Stützfunktion, die sehr wichtig ist für diese betonierte Decke, die wir dann haben werden. Wir haben auch Holzsäulen vorm Haus, die auch eine stützende, teilweise eine stützende Funktion haben. Und diese Kombi ist eigentlich so spannend und schön und es wird auch viel Sichtbeton bleiben, weil uns wichtig war auch das Material sehen zu dürfen, zu greifen, sich da drin zu bewegen und das alles ein bisschen kennenlernen zu dürfen. Die Herausforderung bei der Treppe, sie ist rund und aus Beton. Die Treppen sind von einem Fertighersteller in Norddeutschland geliefert worden, dem einzigen in ganz Deutschland. Vorteile der massiven Betontreppe? Keine Probleme vom Brandschutz her und optimaler Schallschutz. Das Einsetzen der einzelnen Treppenabschnitte ist aufwendig. Wir betonieren ja die Etage für Etage von den Wänden und dann auch immer die Treppenpodeste. Und immer wenn eine Etage fertiggestellt ist, wird ein Fertigteiltreppensegment eingesetzt. Das ist relativ aufwendig, dass die genau sauber am Kran hängt und ausgerichtet wird. Zudem müssen wir dann auch immer darauf achten, dass die Trittschalauflager sauber sitzen, damit da keine Schallübertragungen später mal stattfinden. Den Pollmeiers war wichtig, im Treppenhaus kein enge Gefühl zu haben. Innen wird die Treppe hohl sein und keinen Kern haben. Ein passendes Lichtkonzept soll das Treppenhaus gemütlicher machen. Für uns war es wichtig, alle Geschosse miteinander zu vereinen. Wir haben ja gesagt, zu arbeiten und wohnen zusammen und leben. Und es war uns auch wichtig, dass das irgendwie in diesem Treppenhaus auch zum Tragen kommt. Also man kommt irgendwie durchs Treppenhaus überall irgendwo hin, auch wenn es vielleicht mal verwinkelt ist oder durch eine Tür getrennt. Und das fanden wir schön. Und die Tatsache hat, dass es rund ist, dass es nicht einfach als Fremdkörper im Raum steht, sondern sich so schön einfügt und man drumherum laufen kann. Und das ist eben in allen Geschossen so, vom Keller bis zum Dachgeschoss. Ein paar Wochen später und der Rohbau steht. Das Dach ist drauf und das bedeutet, das Richtfest kann ausgerichtet werden. Alle Gewerke, Freunde und Familie der Pollmeiers sind zusammengekommen, um die Fertigstellung des Rohbaus zu feiern. Das ist einfach Freude. Das muss ich wirklich sagen. Ich meine, man kann sich kaum noch vorstellen, wie es war vor ein paar Wochen, dass hier eine Grube war und jetzt auf einmal alles so schnell hochgezogen wurde und was hier für Arbeit drinsteckt, was hier für Arbeit geleistet wurde. Also es ist echt was Besonderes halt einfach. Beeindruckend. Und dann so ein bisschen übermenschlich, wenn man dann auf einmal mit den Leuten spricht. Dann ist das echt schön, was da auch hintersteckt, wer die Arbeit da geleistet hat. Deswegen finde ich es auch schön, so ein Richtfest zu machen und dann die Leute einfach nochmal anders kennenzulernen. Wertschätzung für die einzelnen Gewerke, die in den letzten Monaten Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Das ist hier spürbar. Ganz traditionell haben sich die Zimmerleute vor dem Richtbaum auf dem Dach versammelt. Mit einem Glas Wein trinken sie auf das Wohl der Pollmeiers. Gestern hat mich der Zimmermeister, der Jochen, angerufen und hat gesagt, also Alex, wir brauchen einen Wein und mehrere Gläser. Und dann hat er gesagt, ja, muss ein besonderes sein. Er sagt, er hat halt keinen zwei Euro Fusel aus dem Supermarkt. Da bin ich erstmal mit Arbeitshose ins Weingeschäft in Laubheim gefahren und bin reingelatscht in meinen schmutzigen Stiefeln und habe gesagt, ich brauche einen scheiden Wein, morgen ist es richtig fest, ich brauche irgendeinen feierlichen Wein. Und sie so, ey, was ist das für einen feierlichen Wein? Und dann hat sie mich erstmal durchberaten, ja. Ein feierlicher Wein ist es am Ende zum Glück geworden. So nehme ich nun nach alter Sitte das volle Glas zur Hand und bitte, euch alle, die heute hier versammelt sind, zum Spruch mit mir. Zum Lebewohl sich zu vereinen, des Bauherrn und den Seinen. Hoch, hoch, hoch. Wie mundet der Wein, Kamerad schenk ein. Am Ende des Richtspruchs werden die Gläser vom Dach geworfen. Wenn sie am Boden zerspringen, wird alles gut, wenn sie aber heil bleiben, gilt das als schlechtes Omen. Hoch, hoch, hoch. So will ich mich nun nicht weiter bedenken und dieses Glas hinunter senken. So wie es zerspringt in Scherben klein, zieh Glück und Zufriedenheit hier ein. Dankeschön. Dankeschön. Alles nochmal gut gegangen. Dem Glück der Pollmeiers steht nun nichts mehr im Weg. Also jetzt trinken wir erstmal gleich noch einen Schnaps da drauf. Und ein bisschen auch anzukommen und auch ein bisschen in die Fallstimmung zu kommen. Und wir freuen uns richtig aufs Einziehen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.